Hallo und willkommen zur nächsten Folge von SHELTER und wir machen gleich weiter und suchen weiter den Weg, den wir letztes Mal nicht gefunden haben. Ich weiß nicht, wo ich wusste, wo es weitergeht, aber hier oben ist es einschalt auf der Gasse. Aber wir finden noch Zeug. Die Musik wird irgendwie dramatisch, ja? Wir haben nur noch drei kleine Kinderchen. Voll fies. Wieder durch! Genau. Also da hatten wir was übersehen, aber hier geht es irgendwie nicht weiter. Da hängt sich irgendwie eine Busch. Müssen wir da rüber. Ja, das kann doch was werden, ey. Jetzt müssen wir wieder die Kinder flöten gehen. Das wäre voll gemein. Okay. Hier ist noch was zu essen. Schnappt es euch. So, jetzt kommt gleich noch eine Welle. So, und jetzt rüber. Rüber. Ach, kommen wir gar nicht. Ich dachte, wir müssen dann da rüber. Dann kommen wir auch nicht hoch. Hä? Zu Geier. Hier kommen wir nicht nach. Hier kommen wir nicht weiter. Hier ist er auf Ende. Hier ist gedacht, wir müssen da rüber. Bisschen laufen. Hä? Da hinten? Vielleicht? Keine Ahnung, grad. Ach, da ist noch was zu futtern. Äh. Was für ein Zeichen war das jetzt? Das hat mir ja ganz viel gesagt. Machen wir zu. Das Zeichen hat mir ja richtig viel gesagt gerade. Soll ich jetzt machen? Also so ein komisches Ding. Hä? Aber das Zeichen da wäre, hä? Was soll das? Also Leute, echt. Ihr Spielprogrammiert macht doch nicht so'n Scheiß. Ach, das ist nass geworden, der Kleine. Ach, ich dachte schon wieder fehlt einer. So. Jetzt. Ihr klebt mir mal bitte das Zeichen. Ganz ehrlich. Das ist echt Mist. Trotzdem kein Plan, was ich hier machen soll. Das sah echt super aus, das gezeichnete Bild dabei. Was soll das? Das hätte sich auch sparen können, ganz ehrlich. Das ist nicht ein bisschen Hinweis, ist das. Ach. Okay. Könnte also rüber latschen. Na gut. Ja, ja, ja. Jetzt rüber hier. Los. Kommt. Ihr seid jetzt langsam. Kommt. Boah, juhu. Geschafft. Eigentlich ne Fresse. Ich muss noch Angst haben hier. Da hüpfen die Fische rum. Die Lachse wahrscheinlich. Sehr schön. Ey, 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 ey. Ist das in die Bälle oder sowas? Was? Ich habe schon wieder nicht die Zeit gestartet. Ah, für irgendwoher. Für irgendwer Zeit genommen hat. Oh, dafür können wir hochkommen. Das ist nix zum hochklettern. Und hier? Nö, da kommt auch nicht hoch. Wird schon irgendwie weg. Das essen. Was zum Futtern. Ja, schöner Papa. Aufhören wir weiter. Durch den Regen. Ah, ein Obstbaum. Lol. Schiebt er das wieder vor sich her, statt es zu fressen. Sehr schön. Wir krabbeln hier immer hier durch. Da ist Obst. Oder Gemüse vermehrt nicht Obst. Ja, das hat das was. Was tanzt du da lieber rum. Okay. Erst nochmal Obst. Da, da kriegst du das. Er war nämlich hungrig. Da ist wieder Gemüse. Zwiebeln hier. Ich hab keine Ahnung was das hier eigentlich sein soll. Zwiebel oder Porri oder was soll das sein. Auf jeden Fall lässt er immer den Maul offen. Ja. Also zu schmecken. Scheitert nicht. Jetzt hier lang. Ich hör schon wieder einen Vogel. Ich hör den. Vogel nix gut. Wenn es wieder eigentlich so ein Viech ankommt. Ich fress es doch. Ah, jetzt. Hat es einer. Oh, 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 oh. Das sieht nicht sehr gesund aus hier. Gehen wir mal mehr ran. Mal gucken, wie weit wir gehen können, ohne dass die Welle uns erwischt. Äh. Eben ist die Welle noch rüber geschwackt. Kleiner, lauf nicht vor. Alter. Okay, wir laufen jetzt rüber. Los, 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 los. Komm. Nein. Boah, sie leben noch. Ich dachte, die werden jetzt wirklich spült. Alter. Das hat ja noch gefehlt. Ja, schöner Papa. Leckere Tieschen. Hm. Gehen wir hier oben drauf. Das ist ein Fruchtbaum. Ein Apfelbaum. Das ist ein Fruchtbaum. Den holen wir uns natürlich auch. Bumm. Nein, nein 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 nein! Schieb dir nicht da runter! Ah, er frisst sie. Okay Jetzt hier lang Ah, hier Ich habe immer noch den neuen Vogel Gefällt mir überhaupt nicht Los, kommt Kommt Nicht so nah Ein kleines Scheißerchen Noch nullen ist schon wieder Ja, wohin Hier ist nichts mehr, oder? Ah, das war so Futter Aber wo soll ich jetzt von hier aus hin? Ich glaube, ich darf so Futter Jawohl Jetzt da rüber Ich frage mich, ob ich da rüberkomme Ich glaube, wir weggespült werden Was ich eher glaube Na gut, es bringt ja nichts Wir müssen es versuchen Nein, das war falsch Oh Gott, ich hoffe, wir können hier lange rennen Klein Nein Fuck Schon wieder einen verloren Wie fies ist denn das immer? Nein, nein Jetzt haben wir nur noch zwei Vielleicht sind es keine Riesenwellen mehr Ah, das war echt fies Ich habe hier auch den Vogel nicht Dass der Vogel den geklaut hat Böde Dreckstvieh Böde Dreckstvieh Das ist aber auch nichts Ach man, nur noch zwei Stück Spiels ist gemein Menü Die beiden haben ja die Welt überlebt, also irgendwie muss irgendwas anderes sein, was sie geklaut hat. Oh, da ist ein Affe, okay, keiner, oh, kannst du übersehen. Njam 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 njam. Oh je, oh je, ich habe die Befürchtung, dass am Ende gar keiner mehr übrig bleibt. Wir gehen da lang. Oh, hallo. Sieht was zu futtern. Ich frage mich, ob es möglich ist, um mit allen durchzukommen. Oh, klein Dachse. So, das ist wieder das Folgenende für dieses Mal. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Shelter. Bis dann.